Hallo, wir sind kurz am Ende unserer 18. Etappe auf der Nordroute. Ihr seht im Hintergrund schon das Schneealpenhaus. Das ist da auf diesem Felsvorsprung und da werden wir heute schlafen. Aber auch vorher können wir noch durch diese wunderschöne Almlandschaft gehen. Damit ihr seht, wie die Tour heute auf der Karte ausgeschaut hat, zeige ich das jetzt einmal kurz die Silja. Ja, wir sind da in Neuberg an der Mürz gestartet, sind an den Rudolfsteig bis zum Parkplatz der sieben Quellen gewandert und dort in Karlgraben rauf. Ziemlich steil, da haben wir in einem gleich 1000 Höhenmeter gemacht und dann da so ein Schwenk her bis zum Windberg. Das ist der Gipfelkleid da oben und der höchste Berg der Schneealm. Und jetzt gehen wir noch zu dem Schneealpenhaus, wo wir uns schon aufs Essen freuen. Ja, wir dürfen uns dann verabschieden von der 18. Etappe. Und wie wir jetzt gerade festgestellt haben, haben wir von der gesamten Nordroute heute schon mehr als die Hälfte. Wir freuen uns und wir hören uns wieder. Ciao, Baba.